Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin von Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und in diesem Video sage ich nichts. Warum sage ich nichts? Weil es nichts zu sagen gibt. Die Verbrecher begehen weiterhin Verbrechen. Die Irren sind weiterhin irre. Die Dummen sind weiterhin dumm. Es hat sich nichts geändert. Ich muss mich nicht wiederholen. Also wer etwas dazulernen möchte, kann gerne meine alten Videos angucken oder Videos von meinen Freunden, die mit mir auf einer Linie liegen und die alle das Gefühl haben, entweder stehen wir neben der Welt oder die Welt neben uns. Aber das, was hier gerade läuft, ist nicht unser Ding. Und deswegen müssen wir dazu auch eigentlich nichts mehr sagen. Man kann darüber nicht lachen. Man kann darüber nicht weinen. Man kann es nur hinnehmen, wie es ist und seine ganzen Sinne nach innen richten. Wer bin ich? Was will ich? Wie bleibe ich gesund? Wie werde ich alt? Was möchte ich in meinem Leben? Und diesen ganzen Quatsch, der hier um mich herum läuft gerade, inklusive dem Versuch einer Kündigung meiner Person aus der Schule, das werden wir am nächsten März klären, was es damit auf sich hat. Ich denke, das war ein sozialistischer Irrtum der rot-rot-grünen Berliner Regierung, weil schließlich möchten sie sich auch gerne Demokraten nennen, oder? Oder täusche ich mich da? Sind wir jetzt hier im Sozialismus? Ist egal. Ich stehe daneben. Ich gucke zu. Ich gestalte meinen Tag so, wie ich es möchte. Und diese Quatschköppe da, die jeden Tag irgendwelchen neuen Unsinn verzapfen und verkünden und glauben, damit würden sie irgendwie die Welt belehren können, die werden wir mal ignorieren einfach. Sie können auch tun, was sie wollen. Was dabei rauskommt, wenn wir uns das anhören und ansehen, dann führt das dazu, dass wir mehr Angst in Panik kriegen, dass wir uns nicht bei uns befinden, dass wir nicht in uns hinein hören, dass wir nicht wir selbst sind, dass wir jegliche Menschenwürde verlieren. Also meine Empfehlung, alle Sinne nach innen richten. Einfach mal eine kleine Meditation einlegen und zu sagen, die Außenwelt ist irre. Ich bin ich. Ich bin bei mir. Was will ich? Warum habe ich das jetzt so komisch gesagt? Weil es wirklich wichtig ist. Weil es wirklich wichtig ist. Sagen Sie es auch ruhig mal so langsam, so bedeutungsschwer. Das ist es. Schönen Tag noch. Ich bin ich. Kein! Ich bin ich. Thür